Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video, 7 Deadestins Grand Cross. Ein bisschen spät und gestern, ja gestern war Vatertag, da war ein wenig zu viel Alkohol drin, deswegen werden wir den Stream auf Sonntag verschieben, Sonntag aber Punkt 18 Uhr bin ich auf jeden Fall am Start. Und wir haben ein bisschen was uns anzuschauen, denn wir haben natürlich gestern die erste Lichtunit bekommen und das ist einfach Bloody Ellie, so wie ich es mir gedacht habe. Und nicht nur das, wir bekommen in dem Fall auch 300 Diamanten gratis. Das Ganze erstreckt sich aber leider über 28 Tage, sprich das ist ein Login-Bonus, über 28 Tage verteilt. Am ersten Tag gibt es 30 Diamanten, jeden weiteren folgenden Tag 10 Diamanten, sprich man braucht leider 28 Tage, bis man die Diamanten durch hat, die 300. Die Abnetterschieden sind so lang, dass sie sich auf zwei Seiten aufgeteilt haben. Und ja, hier, das ist natürlich Ellie, dann wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir, dass wir Kapitel 23 dazu bekommen. Hier sehen wir Übersetzung, was Licht bringt, dazu habe ich leider keine Übersetzung bis jetzt gesehen, was das Ganze hier betrifft. Aber was auch neu und richtig nice wird, wir bekommen endlich Level 100 dazu. Das sind die Sachen, die man dazu braucht, das heißt SSR-Anhänger werden hier nicht mehr lang, man braucht jetzt solche UR-Anhänger. Ich hoffe mal, man kann drei SSR-Anhänger gegen einen UR-Anhänger bei King tauschen, aber ich weiß es nicht, aber es könnte eventuell sein, wenn nicht, muss man die halt separat farmen. Dann hier diese Flammen, das heißt, wir werden auch ein neues Todesmatch dazu bekommen. Bin mal gespannt, wie schwierig das Ganze wird. Ich denke mal, das sollte das neue Todesmatch sein, genau. Finde ich, ist ein nice Todesmatch, hat auch wieder mal was mit der Story zu tun, das heißt, alle Todesmatches, die wir bekommen haben, sind natürlich irgendwo mal im Anime 7 Deadly Sins aufgetaucht. Völlig auf jeden Fall nice, mal schauen, wie sich das Ganze dann auswirkt, wie schwierig das ist, welches Team man braucht, welche Charaktere man unbedingt braucht. Dazu kommen dann aber auf jeden Fall auch Videos. Wie man sieht, muss man sich danach entscheiden, hier anscheinend, ob man Belmoth machen will oder das eben das neue Todesmatch. Hölle ist hier auch der höchste Schwierigkeitsgrad. Das heißt, ich gehe mal davon aus, hier haben wir eine CC von 400.000. Werden wir hier vielleicht eine CC von 500.000 haben? Ich weiß es nicht, oder wird es bei 400.000 bleiben? Dann, wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir hier, dass wir hier irgendwelche Pakete kaufen können, die wir vollkommen uninteressant finden, weil sie immer zu schwer sind. Dann sehen wir hier die 300 Diamanten, die es gratis gibt. Hier unten nochmal, das ist nochmal eine Belohnung. 28 Stufen. Ah, wir bekommen wahrscheinlich einen Turm der Prüfungen. So sieht es zumindest aus. Oder ich weiß nicht, was das sein soll. Aber nimmt man gerne mit, wenn man hier Belohnungen free to play wählen kann. Dann sehen wir hier den Einlog-Banner. Am ersten Tag 30 Diamanten. Jeden weiteren folgenden Tag 10 Diamanten bis zum 28. Tag. Das heißt, 300 Diamanten schenkt uns Netmarble hier für dieses Update. Und ja, auf mehr will ich auch gar nicht eingehen, weil ich normal einfach kein Japanisch-Koreanisch kann. Das waren so die Infos, die ich da auf jeden Fall raus sehen konnte. Und dann schauen wir uns jetzt am besten, würde ich mal sagen, Ellie an. Das interessiert uns natürlich auch. Licht-Charakter, so wie es bei einem Dunkelheits-Charakter war, ist natürlich Ellie als Licht-Charakter auch extrem stark. Vor allem wird sie, denke ich mal, extrem, extrem nervig sein. Es wird das gleiche Spiel sein wie mit Göttin Ellie, als sie damals rauskam. Sie ist spezifisch, aber nur zu spielen mit Seven Deadly Sins Charakteren oder halt den vier Erzengeln, sprich nur Götter, also ihr eigenes Volk oder die Seven Deadly Sins, ihre engsten Verbündeten, sind mit ihr sinnvoll zu spielen. Denn jedes Mal, wenn einer der Seven Deadly Sins oder einer der vier Erzengel einen Skill used, werden von diesem Charakter die Basiswerte um 4% erhöht. Das Ganze bis zu einem Maximum von 6x, das heißt 24% hierdurch. Wenn wir dann diese Max-Decks erreicht haben, sprich wir haben 24% Basiswerte mehr, bekommen wir 30% unserer maximalen HP-Zurückgehalt und uns werden 15% all unserer Werte nochmal obendrauf gegeben für 5 Runden. Jetzt weiß ich nicht, werden dadurch die 24% vorher annulliert, sprich haben wir dann nur noch 15% Stats obendrauf für 5 Runden. Aber ich gehe davon aus, dass die 24% hier nicht rundenbasiert sind, weil es hier eben nicht steht und wir bekommen dann nochmal 15% obendrauf, was ziemlich nice wäre. Dann wären das nämlich 39% Basiswerte. Und zu der 30% maximalen Heilung, dort ist die Regenerationsrate nicht mit einbegriffen, sprich das, was ihr als Regeneration generell nochmal dazu bekommt, bekommt ihr auf die 30% maximalen HP-Dur euch halt wieder obendrauf. Dann haben wir natürlich einen sehr, sehr starken Single-Target-Angriff. Hier Flut-Damage, erkennen wir von The One, 0,8% mehr Schaden pro Prozent HP, den man hat, sprich bei 100% 80% mehr Schaden. Sehr starkes Single-Target. Jetzt kommen wir aber zu der bisschen verwirrenden Sache und zwar sind alle anderen Skills, die sie hat, basierend auf ihren maximalen HP, sprich hier macht 110% Schadenmacht und für jede Ult-Kugel, die sie hat, macht sie 3% zusätzlichen Schaden von ihrer maximalen HP. Das heißt, das ganze Ding ist wahrscheinlich schon relativ stark. Dann hier 5% und hier 8%. Sprich, hier wollen wir eigentlich auf maximalen Damage gehen. Wir sehen Level 1 Base-Stat, 90% Crit-Chance, das heißt Level 90, Super Awakening 6, alle Cosmetics, wird sie locker mal 110, 120% Crit-Chance haben, wenn nicht sogar 130, 140. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine immens hohe Crit-Chance, die sie hier hat. Und ihre Ulti basiert halt eben auch auf ihren maximalen HP. Das heißt, hiermit haben wir auf jeden Fall sehr guten Schaden und die Ulti ist natürlich wieder richtig broken. Problem, was ich dabei sehe, wie oft kommt man im PvP dazu, die Ulti zu verwenden? Ich eigentlich gar nicht mehr. Sprich, solange man sie davon abhalten kann, ihre Ulti einzusetzen, ist sie nur ein sehr, sehr guter Damage-Dealer mit einem sehr, sehr guten Support nebenher. Trotzdem ultra, ultra stark. Wenn man natürlich die Ulti zum Einsetzen bekommt, ist sie absolut broken, denn damit machen wir 30% Schaden von ihren maximalen HP auf alle Feinde und man bekommt ein Revive-Effekt für eine Runde, was ziemlich ekelhaft ist. Sprich, hier haben wir einen Multiplier erstmal von ihren HP, den sie als Schaden austauscht, von 30, 35, 40, 45, 50 und 60. Und der Revive-Multiplier ist hier natürlich auch wieder leider richtig pay-to-win von 5%, 1,6 bis 50%, 6,6. Und natürlich als Bonus oben drauf, wenn das Ganze auf 6,6 ist, hält dieser Revive-Effekt für zwei Runden. Und was natürlich jetzt auch noch richtig ekelhaft ist, finde ich von Netmarble, und zwar ist der Revive-Effekt von 1,6 bis 3,6 ein blauer Buff, sprich, man kann ihn runternehmen, aber ab 4,6 ist es ein grauer Buff, das heißt, ab dann kann man den auch nicht mehr runternehmen. Und wenn er dann 6,6 ist, cutt man zwei Runden lang den Revive-Effekt drauf, den man nicht runternehmen kann. Also entweder hätten sie sich entscheiden können, den die ganze Zeit blau zu lassen oder die ganze Zeit grau, weil man hat ja schon hier bei 6,6, dass das Ganze doppelt so lange hält. Und daraus dann noch einen grauen Buff zu machen, also mehr pay-to-win geht nun wirklich nicht. Da haben sie aus der Ulti nochmal das Maximale an Pay-to-win rausgeholt, aber an sich muss man leider gestehen, ist das ein sehr, sehr starker Charakter. Hier Lifesteal-Level 1 auch schon bei 10%, das heißt, wenn man ihr den Tamir-Link gibt und ihn 6,6 hat, dann ist sie mega schwer zu killen, sie macht viel Damage und heilt sich natürlich dann auch noch viel zurück. Das Einzige, was natürlich jetzt die Frage stellt, der Skill würde rechtfertigen Angriff-Kritt-Schaden, alles andere rechtfertigt HP. Sprich, ich gehe davon aus, man spielt sie mit einem HP-Kritt-Schaden-Set, einfach damit man möglichst viel noch Damage rausholt und natürlich aus ihrer Ulti und ihrem AOE-Skill nochmal das Maximale an Schaden rausholt. Plus, sie ist dadurch schwerer zu killen, wenn man noch einen Tamir-Link da dran hat, bringt das Ganze sogar noch mehr. Man muss immer mehr Schaden machen, um sie überhaupt down zu bekommen. Wird wahrscheinlich auch ein paar Leute geben, die mit einem Angriff-Kritt-Schaden-Set spielen. Sie ist erst seit gestern draußen, ich habe noch kein Video gesehen, was im Endeffekt jetzt das beste, allerbeste Set für sie ist, wird sich mit der Zeit noch zeigen. Aber ich gehe mal stark davon aus, man wird mit einem HP-Kritt-Schaden-Set spielen. Es sind die meisten CC. Zwei von drei Angriffen machen dadurch mehr Schaden. Nur der Single-Target-Angriff leidet natürlich ein bisschen darunter, dass wir hier kein Angriff-Set haben. Aber ich denke mal, das sollte trotzdem auf HP-Kritt-Schaden rauslaufen. Dann natürlich, man spielt das Ganze mit den Seven Deadly Sins und den vier Erzengeln. Aktuelle Meta, man spielt eigentlich immer die Seven Deadly Sins. Man spielt Traitor Melee Seven Deadly Sins, man spielt Winged King Seven Deadly Sins. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Charaktere, die nicht den Seven Deadly Sins angehören, die man eigentlich spielt, wie zum Beispiel heute die neue Mono, die rauskam, oder Rimuru. Da ist natürlich dann das Problem, dass dieser Charakter natürlich mal wieder die Meta echt einschränken wird. Wenn man sie im Team spielen will, will man natürlich auch die Basiswerte und alles dazu haben. Also wird man sich hier die Seven Deadly Sins nehmen mit den vier Erzengeln auf dem Feld. Okay, wird auch gehen. Das heißt, man muss sich wieder auf diese Helden beschränken. Sprich, es fallen wieder Charaktere hinten runter, wie Rimuru oder eben Mono jetzt als Beispiel. Das heißt ja, eigentlich bin ich jetzt nicht so gehypt von dem Charakter und ehrlich gesagt noch etwas enttäuscht, denn ja, das schränkt wieder unallgemein ein. Es sei denn, man ist ein Whale, dann ist einem sowieso alles egal, man hat eh alle Charaktere 6-6. Aber ich finde, ihre Passive schränkt extrem ein, macht das Pay-to-Win und über die Ulti haben wir eben schon mal gesprochen, schränkt auch extrem, extrem ein. Das heißt, desto höher man sie hat, umso brokener ist sie, wenn man mal dazu kommt, die Ulti einzusetzen. Sprich, wenn man sie nur 1-6 hat, sind das gerade einmal 5% HP, mit denen man wiederbelebt wird. Hat man sie 6-6, sind es 50 und man hat sogar zwei Runden, plus, dass ab 3-6 das Ganze zu einem grauen Buff wird, den man nicht runternehmen kann. Das heißt, jetzt hat Marvel meiner Meinung mal wieder geschafft, einen maximal Pay-to-Win Charakter herauszubringen. Aber sie schenken uns wenigstens 300 Diamanten, das macht das Ganze natürlich wieder weg, weil man mit 300 Diamanten natürlich eine Ali-66 hat. Natürlich nicht. Also sind die 300 Diamanten leider auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wenigstens bekommen wir etwas und wenigstens hat eine gute Sache, wir bekommen Level 100 dazu. Das heißt, wir haben hier wieder mal ein bisschen was zum Grinden zum Glück. Aber ansonsten bin ich ja von Ali etwas enttäuscht. Ich finde sie jetzt nicht so stark, dass ich sage, man muss sie unbedingt haben. Denn für PvE-Content ist sie mega, mega stark. Da ist sie richtig, richtig, richtig gut. Aber in PvP sehe ich spezifische Probleme, wie, dass die meisten Teams, die man heutzutage spielt, darauf basierend sind, dass man mehr CC hat. Und wenn ihr dazu neigt, dass der Gegner meistens mehr CC hat, das passiert euch oft, wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid, dann habt ihr natürlich das Problem, dass eure Ali sehr, sehr wahrscheinlich in der ersten Runde einfach gekillt wird. Und wenn eure Ali gekillt wird, ja, was soll ich da sagen, dann ist sie halt tot und bringt halt diese ganzen Buffs nichts mehr. Ihr habt nichts von ihrer Angriffsfertigkeit, ihr habt nichts von ihrer Ulti. Das heißt, wenn man sie spielt, ist man gefühlt erstmal darauf angewiesen, dass man eine höhere CC hat. Mit dieser höheren CC ist Ali natürlich dann wieder sehr, sehr stark. Das heißt, ihr könnt in der ersten Runde den Damage-Dealer des Gegners killen, weil ihr natürlich noch Damage-Dealer auf dem Feld habt und sie wird nicht in der ersten Runde fallen. Ihr werdet sogar vielleicht dazu kommen, die Ulti zu spielen und wenn sie in der ersten Runde nicht fällt, kann sie sich sehr gut zurückheilen. Aber tatsächlich, als kompletter Free-to-Play-Spieler, wenn man sie nur auf einem Ult-Level, sagen wir von 1,6 bis 3,6 oder 4,6 hat, finde ich sie tatsächlich gar nicht so stark. Denn ihr werdet dann nicht dazu kommen, in 1,2 Runden hier die Stacks hochzuhauen. Ihr werdet erst recht nicht dazu kommen, mit einem Charakter 6 Angriffe einzusetzen. Denn es ist jedes Mal nur der eine Verbündete, der die Stats bekommt, wer angreift. Sprich, im Endeffekt finde ich sie gar nicht so stark. Ich kann mich natürlich jetzt auch vertun, ich habe keine Videos gesehen. Dafür, dass sie der erste Licht-Charakter ist. Also da fand ich auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, als Traitor-Mally rauskam, der war auf jeden Fall ein ganzes Stück stärker, also ein ganzes Stück brokener. Und wenn ihr Traitor-Mally habt oder ein starkes PvP-Team mit dem ihr in der ersten Runde one-shottet und habt damit eine höhere CC als der Gegner, sollte die Ellie auch kein Problem für euch sein. Ich werde natürlich für Ellie ziehen, aber ich denke mal, ich werde aufhören, wenn ich sie 1,6 habe. Einfach, dass ich sie habe. Die Ulti ist ziemlich nice natürlich für bestimmten PvE-Content oder schweren PvE-Content, der hoffentlich auch noch kommt. Und natürlich für den PvE-Content ist natürlich ihre Passive sehr, sehr geil. Aber ansonsten, ja, muss ich mal gucken. Vielleicht irre ich mich auch und dieser Angriff hier haut einen komplett aus dem Leben, was natürlich auch sein könnte. Aber ja, dann soll es mit dem Video von mir gewesen sein. Genug über Netmarble rumgeheult. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. ! Ja,